Herzlich Willkommen zu unserem Let's Play GTA San Andreas. Ich bin der Roman und neben mir sitzt der hässliche Daniel. Hi, hi. Spuchte. Fangen wir jetzt mal direkt an. Ja, genau hier. Start Game. New Game. Und zwar werden wir dieses Spiel komplett ohne Teats durchspielen, sonst wäre das ja ein bisschen lame. Lame. Ja, lame. Du bist Gamer, du hast fettige Haare. Also es ist ein Spiel, wie wir finden, geniales Spiel gemacht. Also wir finden auch, es ist das beste Spiel der GTA-Reihe. Weil wenn ich schon so eine Kommentare lese von so Lappenkindern, die zwölf Jahre alt sind oder whatever, die dann meinen, ja, GTA 5 ist viel geiler, hat eine viel geilere Grafik. Ja, ach nee. Ich mein, San Andreas ist schon uralt, also... Hübsche Ansprache, Roman. Ja, will ich auch. Also es ist das geilste GTA-Spiel, das es gibt. So. Ah, ich hab kein Bock auf die Zähne hier. Oh, da. So, springen wir mal an die erste Zähne. Ja. Gut, wir fangen hier an. Wir sind natürlich CJ, ist klar. Hier ein bisschen Fahrrad fahren. Hey, Phil. Der kam trocken. Du bist ja Profi im BMX-Bahn, Roman. Schlacken nicht. Toll, Roman. Vielleicht bist du schon tot in der ersten Aufnahme. Leck meine Einheimen. Ich bin so scheiße stolz auf dich. Oh, das sind die Ballers, die werden uns abknallen nachher noch. Die sind ziemlich niedlich. Niedlich? Ja, die sind süß. Ja, was? Männer sind oder was? Das waren doch Frauen, oder nicht? Sie sahen aus wie Frauen. Das ist ein Mann! Oh, ey. Mann, was kein... hinterlass hier keine Scheiß-Kommentare. Scheiß-Kommentare? Das sind meine Eier. Nee, lieber nicht. So, übrigens, Roman fängt an. Ja, genau. Ich bin hier am Spielen. So. Wir müssen erstmal zum CJ-Symbol. Das CJ-Symbol ist da links, Roman. Ja. Warum fährst du gegen die Stange? Oh, cool, der stellt uns weg. Cool, der stellt uns weg. Ja, jetzt fahren wir los. So. Hier erstmal einen Schlag. Kannst du schon auswendig, ne? Wir haben das durchgespielt. Ja, wirklich. Wir haben das durchgespielt gemacht. Nicht nur einmal. So. Das hast du fein gemacht. Mach, ey, die ist richtig fett. Echt? Das ist schon größer Existenz. Was ist das denn? 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 Was ist denn bestimmt ein geblasen oder so was? Big Smoke. Aber ich hab' keinen Bock auf diese Sequenz. Auf die auch nicht. Oh. Ich hasse diese Anfangsmission. Tja, gehört noch dazu. So. Und zwar müssen wir jetzt hier in der ersten Stunde mit dem Fahrrad fahren. Und dem Macke hier folgen, der heißt Sweet. Soll sie folgen und nicht vorausfahren. Ja, sehr gut. Und wir werden verfolgt von den Ballards und den Erzfeinden. Das sind die süßen hier wieder. Ja, die süßen hier. Und wir werden abgeschossen. Und wir sind eine Kugelmarschklasse. Das ist auch noch abgeknallt. Auf dieser Hollywood-Stern. Ich bin, ach. Großbritannien die Fahrradbahn, oder? Aber ich hab's kein Fahrrad mehr seit. 19. Ja. Klar, Roman. Schneller. So. Oh. Oh. Kann man die nicht ausschalten, diese Sequenz. Nein. So, jetzt müssen wir dem Vogel erfolgen. Ryder. Der Mann muss. Ich hab mich nicht eigentlich dran bezogen. Da haben wir abgemacht. Mission für Missionen ja nicht. Na, machen wir das so. Oh. Oh. Töte sie. Töte sie. Töte sie. Sie sind nicht in einem Punkt. Das sind die Vorgehen. Nein. Nein. Nix. Nix. Lasst vierrechte verteidigt. Vier. D-Gerandreich ist ganz sicherlich. Das ist die Vortrag. Ach so, ja. Ganze perfekt. Acht. um. Prozent die sich schon wieder auf die Fresse Prozent 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 wir haben ein heiliger Spruch wie Wasser Prozent Kappacher es ist auch nicht umgekehrt ja aber was wir haben zu Gottmode der von hier noch und das ist alles Tieter euch vorliegen da sein warum das ist auch ein Kapp so so hat man die Stimmen Du mich auch, ne gelt. Die Stürme hörst du ab und zu mal. Ach so. Als GTA-Version. Ja. So, jetzt bist du dran, ne? Ja, lass mal direkt. Warte mal, erst mal den noch hauen. Oh, scheiße. Okay, er schießt mich ab. Der hat dich echt lieb. So. So, denn ist der Meister jetzt dran? Ne, der war gerade eben dran. Nein. Hast du das nicht gesehen? Zwei Mal auf die Fresse geflogen? Ja, okay, überspeichern wir den einfach. Ne, mach einfach. Oh, jetzt auch eins. Nö. Woma, das kann ich schon nach nem Bier besorgen. Ja. Ne, das meinst du heute ist. Go and see Wider. Ach, mein Vorherzitter. Guten Morgen, Wider. Hä, sie ist direkt raus. In der Mission. Was müssen wir dann machen? Ja, dankeschön, das war auch mal Fragskette. Ja, ne. Ja, mit nem Feuerzeug. Hier, Flaschen öffnen. Geh her, du. Ohne Scheiße. Ich bin ja pro im Fahren. Da wird schon ein Unfall gebaut. Ja, ne. Wie kann man zeigen? Babo, eine bis zu Haftgefählen? Schwung. Klasse Kevin. Klasse, Klasse, Klasse. Das funktioniert aber so. Ich hab das selber gerade gemacht, Kevin. Oh, Tattoo stechen lassen. Ja, das geht aber. Klasse. Oh, du bist so nett. Oh, ich muss in das Gelbdingster laufen. Oh, so ein Friseur. Oh, das war Tattoostudio. Das kommt später erst, oder? Tattooschule? Ja. Hier können wir uns die Haare schneiden lassen. Wer hätt's gedacht beim Friseur? Ja, genau. Schneid uns einfach mal nen Bart an. Ja, das ist echt realistisch. Mach ich auch immer so. Ja, das weiß ich. Oder klebt sein Bart dran, ne? Weil alle denken, dass du männlich bist. So. Ja, das war ein Schlagringer. Und er chillt da sein Leben. Alter. Raucht erstmal ein. Ich glaub's nicht. Beste. Ich will überhaupt keine Pizza essen. Ja, drück auf Leertaste. Ja. Oh. Klug scheiße. Ja, ich weiß, was ich da reingehen kann. Was essen kann. Bla bla bla. Energie füllt sich auf. Pferdefleisch. Pferdefleisch. Da war der Pferdefleisch-Skandal noch nicht, als das viel rauskam. Oh, doch. Mann, hab ich hier wie Rinderwahnsinn oder sowas? Das weiß ich, Mann. Merke ich mir das? Ja. Ne. Doch. Na, dann fress ich mal das. Dann muss ich mal Eier. Genau, wir rauben jetzt den Pizzalarmen aus. Das sieht echt bei so aus. Diskussion. Und jetzt wieder in sein Auto laufen. Oh, wir werden mit einer Schockern abgeschossen. So, die Schockern will ich hier behalten. Dankeschön. Mann, ist hier hässlich. Muss ich ihm schon hässlich? Ey, wohl. Hier, hier. Der Megafahrer. Oh, hast du den durchgesehen? Welchen? Den. Du dürfst es nicht. Doch. Wenn man gerade ausfahren dürfte man. Echt? Ja. Hast du das noch nie gemacht? Ne. Sollen wir gleich schon mal Waffen holen? Wo denn? Du weißt, wo die Waffen versteckt sind. Manche. Manche. Ja, manche, aber... Ich bin zu voll viel. Kann ich ja jetzt kurz noch machen. Nee. Ich bin dran, Mann. Du willst das direkt nächstes bisschen machen, oder? Nee. Ich will jetzt erst mal spielen. Ja toll, Roman, das wusste ich auch. Nein. Nein. Ach. Schmeckt das zur Scheiße. Nicht prügeln, Roman. Was denken die Leute von uns? Ja, genau. Wir haben die Ankerversion. Das liegt der Kopf ab und es liegt mit dem Blut. Was ist eigentlich? Zumindest mehr als in der Normale. Oh. 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 Ja, falsch this. Ja, vertrackt. Du hast dich jetzt. Tock Marike Peine, ne? Hm. De, de, de. Hopp. Du hast die Nächste reservation vergesetzt. Ja, ich meine. Große Spielen. Gewöße. Oh. und eine Wüste ja Wüste sind aber nicht wirklich ein bisschen viel naja ok ja ich nenne das jetzt mal nicht viel Hauptteil halt Los Santos und San Fierro Laschetura auch ja ok stimmt ja die schwarzen spielen Basketball das können die ja gar nicht ich bin besser nicht dass sie die erste nicht reden ja ist ja nicht ah jetzt kommt die Mission die dort die erste ich kenne in der Mission müssen wir die ganzen Graffitis überspringen das eigentlich noch nicht aber das Spray muss ich mal gleich mit üben so oh 1 von 100 ja ich habe noch 2 Stück bis du 100 hast mal wieder so trockene Wasser brauchst heute echt einen unlustigen Tag nur sein und mein lustigen warst du mal mit Peter lustig da freut er sich und da hast du ihn gebrochen lecker zum anbeißen jetzt kann man das überspringen an der Zwischen was ist das denn warum ich nicht einsteigen wo die Dinger einspringen muss guck auf die Karte ach so wie die ja ja da sind wie die Kreise Roman Rechtecke ne das waren Dreiecke ne Quadrate ne Quadrate wie du sie ja Quadrate richtig der Rechtecke 4 schon ja so siehts aus wie du heute abgehst ach ja so viel hab ich noch nie ja wie ihr es vielleicht bemerkt habt ist unser Spiel gerade abgestürzt deswegen mussten wir jetzt nochmal vor neu die zweite Mission spielen und jetzt die hier aber jetzt haben wir nach der zweiten Mission gespeichert ja wie bringt sich mehr dran ne ich hab die Mission noch nicht durch ja leck meine Eier das ist echt gemein ne so kommen wir zu machen fangen ne 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 ich bin so die Kopfschmerzen dabei nicht sehen was man kann ziehen wie wir die Dämpfe die Gäste die Gäste die Gäste die Gäste die Gäste da sind ein paar Baller die 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 den Ja, aber er ist wirklich hässlich. Na Kevin? Na, sagt er nichts, ne? Na, er ist ja sprachlos. Heidi. Fischig. Oh, Kevin. Immer noch goldene Eier, Kevin. Seit wann? Schon immer gehabt. Achso, seit der Geburt. Goldene Schale, ne? Ne, nicht goldene Schale. Ja, da hab ich so ne Grundene Schale drum. Ja, wie gesagt, ne? Wenn das nicht weht, wie wenn man hier die Eier trifft. Oh, perfekt eingepackt. Schaut auch nicht andersherum? Perfekt eingepackt. Die ganze Straße demoniert. Du böser Bube. Na, ja. Na, ja. Na, ja. Schade. So, ähm. Ja, genau. Jetzt haben wir sogar noch 200 Dollar bekommen. Und nicht nur das Back. 200 Dollar, das ist richtig viel. Ja. Hast du uns davon alles kaufen können? Ja. Ist so. Na, jetzt bin ich ja dran, ne? Nee, weil wir machen jetzt einen Stopp in der Aufnahme. Und ihr seht uns in der nächsten Folge. So, herzlich willkommen zu unserem Let's Play... ...gefunden. Ja, erst recht beim BMX fahren, da geh ich so richtig ab. Ja, du nicht. Nee, ich hab mal eine Minute aufgenommen, schon mal über... Hahaha. Okay, das kam richtig trocken. Okay, das kam richtig trocken.